servus leute hier ist wieder den 2 1 8 und das jetzt den sensor tube mit einem neuen video dieses mal zock ich mal wieder aga.io und let's go na 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 oh mein gott alter geht's da hart ab nein alter wie geht's da ab gerade verdammt nicht gut nicht alter alle so riesengroß das das geht aber so gar nicht na 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 alter werbung oder was ist das an gut das ist werbung okay ach was gibt es hier eigentlich so für game modes experimental teams battle royale ff a ja ok jetzt mache ich irgendein ff a was auch immer das ist ich habe keine ahnung boah es gibt alter alter ich komme rein und das sind schon solche dinger verdammt alles das weiß gerade weil ich apfelscheule gesoffen habe ja nein ey bro komm schon na 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 ja den da den da na 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 alter also das ist das ist schwierig aber ist gut ja ich werde dieses spiel öfter spielen haja natürlich genauso wie übrigens auch das mache ich auch öfters nein was sollte das ja ganz geil da bin ich durch so einen scheiß grad geflogen und habe mich einfach geteilt nichts gut alter voll das riesen teil was ist das nein na 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 wache walt ja ich bin platz 3 ok okay gehe ich mal in teams was ist das jetzt mache jetzt nichts jetzt spiele ich ja in teams und jetzt geht das blaue team das rote team und das grüne team das gefällt mir stimmt ja das ist das das ist jetzt werbung ok muss das jetzt sein ich bin kein roboter können sie das auch mal lassen das geht mir so oft und sagt diese blöde recapture die leute ich mache es seit noch eine runde weil ich das hat es nichts mit dem spiel zu tun sondern er ist übrigens das ist das geile am team modus wieder hin und ich habe ich einfach in es in den reingehen und nichts passiert okay ok mich nervt diese scheiß recapture ich bin keine roboter ja toll das ist so scheiße einfach nur ok jedenfalls das war's im video bis zum nächsten mal falls euch dieses video gefallen haben sollte lasst ein like da wenn euch meine anderen videos gefallen abonniert diesen kanal und drückt auf die glocke um kein neues video zu verpassen bis zum nächsten mal